Musik Hey Leute, Punch wieder am Start und heute gibt es so eine neue Runde Challenge Accepted auf dem EQ-Clan-Channel. Ja, ihr seht es, wir spielen Sabotage, wir haben ja gesagt, wir nehmen die ersten drei Runden unter 1 Minute 30. Die Gameplays waren auch direkt hintereinander, also hat es auch so gepasst. Es war auch eigentlich easy going und ihr seht es halt rechts unten in der Ecke ist der Timer, dass wir euch nicht bescheißen oder so. Und ich bin aber nicht alleine Sonder, der Timo ist noch mit am Start. Jo, servus zusammen. Wie ihr es gerade seht, hier eben die erste Folge oder die zweite, um es genau zu sein. Erstmal die, die wir uns letztens schon gestellt haben, die Staffel sozusagen. Also, dass wir drei Sabotage-Spiele hintereinander gewinnen in unter 1 Minute 30 und genau das haben wir hier versucht und auch ohne irgendwie größere Probleme geschafft. Müssen wir ehrlich sagen, denn, ja, er hat es schon gesagt, es war easy going. Ich glaube, es war gerade die ersten drei Versuche, die wir hatten. Ähm, und die erste Map war hier, wie ihr es gerade seht, Outpost und von der Taktik her haben wir es ganz einfach so gemacht, dass sich einer die Bombe geschnappt hat. Ich glaube, alle hatten Marathon oder wie heißt das hier nochmal? Äh, Extrembedingungen heißt es genau. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Extrembedingungen am Start. Also, ich hatte es auf jeden Fall drinne. Ähm, ich nehme im zweiten Game, glaube ich, auch die Bombe und Plantasy oder im dritten, keine Ahnung. Also, dass schön alle wirklich voll nach vorne rushen, weil das Positive für uns und das Negative für die Gegner war ja ganz einfach, dass wir hier eben diese wunderbare Respawn-Zeit haben. Ich weiß gar nicht, die ist ja unterschiedlich lang und dementsprechend, sobald man die Gegner einmal weggebasht hat, kann man eigentlich fast schon durchlaufen und somit war es dann verdammt einfach. Killserien, habt ihr gerade gesehen, hier hatten wir eigentlich alle nahezu die komplett tiefen Killserien drinne. Ähm, ich hatte sogar nur Drohne und Konterdrohne dabei, also nur die zwei. Ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus, weißt du das? Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, aber wir haben auf jeden Fall die Tiefen genommen, weil die hohen Killstreaks brauchst du bei Sabotage einfach nicht, weil das Spiel ist so schnell zu Ende. Das war auch richtig einfach, die Gameplays unter 1,30 hinzukriegen, einfach nur. Also ja, ihr seht es ja gerade hier, das erste geht mit 1,21 und 11 zu Ende, oder 11 Hundertstel. Und jetzt kommt die zweite Runde auf der Map, wie heißt die nochmal, Village, genau. Also das erste Gameplay war von Panning, ich glaube das zweite hier war auch von Panning. Und das dritte ist dann nachher von mir und ich glaube hier in dem Gameplay blendest du auch die Bombe und ähm, man muss halt einfach drauf achten in Sabotage, dass man die Gegner schnell wegrotzt und dann einfach die Bombe blendet. Weil sobald die Bombe geblendet ist, muss man sich einfach nur defensiv verhalten, die Bombe schützen und ähm, dann hat man das Ding auch eigentlich schon geholt und keine Ahnung. Genau, das Problem ist halt eben, wenn man selbst steht, hat man eben auch die Respawn-Zeit und ähm, man wird am Arsch der Welt sozusagen gespawned. Ich weiß nicht, vielleicht geht Panning drauf und man sieht es gleich nochmal, wo er spawnt, weil man spawnt hier in dem Fall, ähm, von unserer Spawn-Seite her spawnt man wirklich komplett hinten, hinten in dem Tunnel dort am Rande. Und sollte man dann zur Bombe hinkommen, ich glaube der Bombentime ist 45 Sekunden, wenn ich nicht richtig klicke, oder? Ich glaube 45 Sekunden sind es. Ich meine schon, ja, keine Ahnung. Da ist es halt extrem schwer von dort hinten wieder hinzukommen und dann die Bombe zu defenden, deswegen sollte man eigentlich schauen, dass man wirklich am Anfang, wenn man so eine Speed-Taktik machen will, dass man dann einfach direkt volle Kanne draufpratzt. Und ähm, hier eben, ihr seht gerade die Respawn-Zeit und jetzt sollt ihr dann hoffentlich gleich wieder spawnen. Ähm, jetzt haben wir ihn ja eben, hier ihr seht, er ist wirklich am Arsch der Welt und damit ist die Sache schon geritzt, er konnte nicht mehr mehr zur Bombe hinrennen. Also ihr solltet schon schauen, wenn ihr so eine Speed-Taktik macht, dass ihr eben nicht drauf geht oder eventuell, was die andere Sache halt wirklich ist, ähm, dass ihr Taktikeinstiege vielleicht mitnehmt, wenn ihr sowas macht. Ja, den hatte ich auch, auf Dings, auf Lockdown hatte ich den dabei, das sieht man auch gleich. Genau, ich auch, ich hab's dann eben nach der Runde, hab ich's dann auch bearbeitet, einen Taktikeinstieg reingeklatscht, eben, ihr seht es jetzt, die zweite Runde geht mit einer Minute sechs zu Ende. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten, zur Lockdown-Map und zwar haben wir hier auch wieder, ja, von der Taktik her genau das gleiche gemacht. Und das ist eigentlich voll fail gewesen, ich hab vergessen, dass ich einen Taktikeinstieg dabei hatte, wollte eine Stun-Nate werfen, legte den Taktikeinstieg dahin, aber... Ja, ich mein, es war wirklich, also es hat Spaß gemacht, auch wenn's der erste Versuch war, ähm, ich hab's mir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen schwerer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Aber ist auch egal, ähm, wir sind jetzt von nahezu schon kurz vor dem Ende und da wollten wir euch natürlich fragen, was sollten wir als nächstes zu Verchallens machen? Wir haben schon ein paar sehr, sehr coole Vorschläge gemacht, aber bitte übertreibt es nicht, wie irgendwie ein Suchen und Zerstören, äh, was weiß ich was, nur, ähm, mit Claymore oder sonst irgendwas. Ja, oder die Gegner in den letzten zehn Sekunden killen, weil, keine Ahnung, das ist ein bisschen... Ja, das ist leicht übertrieben. Ja, ähm, halt eben Sachen, die man schaffen kann, weil ab der nächsten Challenge, würd ich sagen, nehmen wir dann Vorschläge von euch. Ähm, wir hatten jetzt die zwei Vorschläge von uns und dann müsste es auch eigentlich passen. Genau, dementsprechend sind wir wirklich auf euch angewiesen, also, äh, wir erwarten jetzt sozusagen von euch mal, was wir machen sollen. Wie gesagt, ähm, versucht es richtig zu dosieren, um es mal so zu sagen, denn, ähm, es soll nicht zu krass sein, es soll aber auch nicht zu einfach sein. Ähm, wir werden uns da irgendwie was Gescheites raussuchen und die Bombe ist jetzt kurz vor dem Hochgehen. Die letzte Runde auf Lockdown geht nach 1 Minute 12, 13, so richtig Richtung zu Ende. Ja, nachher 1 Minute 17, ja, ungefähr. Ja, okay, die Runde selbst, aber die Bombe ist natürlich schon ein bisschen früher hochgegangen. Ja, aber eben, 1 Minute 17, ihr habt es gesehen, die erste Runde mit 1,21 war die, ich glaube, ähm, Ding schnell oder langsamste, um es so zu sagen. Ja, das war auf Autos, weil man da lang laufen musste, man muss auch die langen Wege noch auf Sabotage mit berechnen. Jo, das war's, wie gesagt, wir sind auf eure, ähm, Vorschläge angewiesen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus.